Hallo, herzlich willkommen zum Innovationsforum 2016 der Quality Engineering. Neben mir steht Markus Friedrich, Niederlassungsleiter für die Region Süddeutschland bei Jenoptik. Herr Friedrich, aus Ihrer Sicht, welche Möglichkeiten eröffnet Industrie 4.0 der Qualitätssicherung? Ja, ich denke, ein wesentlicher Aspekt ist, dass Messgeräte und Messtechnik immer mehr in die Fertigung rückt, an die Fertigungslinie heran und dort komplett vernetzt mit anderen Maschinen, verschiedenen Messgeräten arbeitet und so doch deutliche Erleichterungen für Unternehmen bietet. Ist das Ganze eher noch Zukunftsvision oder gibt es auch jetzt schon konkrete Anwendungen? Also ich denke, viele Unternehmen beschäftigen sich auch jetzt schon mit Teilaspekten der Industrie 4.0, teilweise auch sehr intensiv. Zum Beispiel das Thema in der Fertigungslinie direkt messen. Früher sind viele Sachen noch im Messraum gemessen worden, das rückt immer mehr an die Fertigung ran. Oder das Vernetzen von verschiedenen Systemen. Also bei vielen Unternehmen sind Teilaspekte der Industrie 4.0 sehr, sehr wichtig. Ich glaube aber in seiner ganzen Komplexität wird uns das Thema sicherlich noch die letzten zehn Jahre begleiten. Das beschäftigt sich sicherlich auch Jenoptik. Wie adressiert denn Ihr Unternehmen das Thema Industrie 4.0? Also Jenoptik, Industrial Metrology, wir waren schon immer ein Spezialist für die Fertigungsmesstechnik. Das heißt, wir waren schon immer sehr nah an der Fertigungslinie dran. Und also diese Schlagworte, wo es jetzt unter Industrie 4.0 gibt, mit denen beschäftigen wir uns eigentlich schon sehr lange. Aber klar, in den letzten Jahren hat es nochmal an Fahrt aufgenommen und auch an Wichtigkeit bei den Kunden das Thema. Das heißt, es gibt bei uns auch abteilungsübergreifende Arbeitskreise, die sich mit diesen Marktanforderungen und Kundenanforderungen, die aus Industrie 4.0 resultieren, beschäftigen. Und die versuchen wir in neue Produktentwicklungen umzusetzen. Also ein Beispiel wäre jetzt die neue Generation Optikline, Generation 5 mit der neuen Software Tolaris. Wo wir jetzt wirklich nochmal intensiv drauf geschaut haben, schnelles Messen, Messen in der Fertigungsumgebung, Vernetzung, einfache Bedienbarkeit. Dass solche Aspekte, die für den Kunden jetzt unter dem Gesichtspunkt Industrie 4.0 wichtig sind, auch wirklich in unsere Produktentwicklung einfließen. Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank.